Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wird das Lesen eines Rekristallisationsschaubildes gezeigt. Wie im Film zur Rekristallisation ausführlich erläutert, sind die Einflussgrößen, die die Korngröße bestimmen, zum einen der Umformgrad und zum anderen die Rekristallisationstemperaturen. Um diesen Sachverhalt anschaulich darzustellen, werden auf Basis experimentell ermittelter Daten sogenannte Rekristallisationsschaubilder erstellt. Hierzu werden für jeweils einen Umformgrad mehrere Rekristallisationsglühungen bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Dabei muss darauf geachtet werden, die Glühdauer für jedes Teilexperiment konstant zu halten und diese für das entsprechende Schaubild anzugeben. Im Anschluss daran werden die erzielten Korngrößen für jeden Umformgrad und für jede Glühtemperatur in einem Gesamtdiagramm zusammengestellt. Die Rekristallisationsschaubilder sind wie folgt aufgebaut. Grundsätzlich handelt es sich um ein dreidimensionales Koordinatensystem, in das eine Flächenfunktion gelegt wird. Diese ist gleichbedeutend mit der Korngröße in Abhängigkeit der beiden Variablen Umformgrad und Glühtemperatur. Auf der x-Achse abgetragen ist der Umformgrad in Prozent, auf der y-Achse die Glühtemperatur in Grad Celsius. In Abhängigkeit der gewählten Parameter kann dann die erreichbare Korngröße in Quadratmikrometern auf der z-Achse abgelesen werden. In der Regel ist der zuvor erreichte Umformgrad bekannt. Nun wird die gewünschte Korngröße gewählt, die ja einen direkten Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes hat. Die hierfür notwendige Glühtemperatur kann sofort abgelesen werden. Ziel des Rekristallisationsglühens ist es, ein Gefüge einzustellen, das dem Werkstoff die größtmögliche Duktilität gibt. Eine hohe Duktilität bedeutet, dass auch erneute plastische Verformung möglich ist. Es gilt, je feinkörniger das Gefüge, desto besser lässt sich ein Werkstoff verformen. Gleichzeitig wird durch ein feinkörniges Gefüge eine gute Festigkeit erzielt. Die Einstellung eines möglichst feinkörnigen Gefüges bestimmt daher die Auswahl der richtigen Glühdauer. An dieser Stelle soll ein einfaches Beispiel, unabhängig davon, ob es sich in der Realität exakt so wiederfinden lässt, zeigen, wie die grundsätzliche Herangehensweise erfolgt. Ein Stahlblech von 40 mm Dicke wurde durch schrittweises Walzen auf eine Dicke von 20 mm reduziert. Das entspricht einem Umformgrad von 69,3%. Im weiteren Prozess soll das Blech auf ein sogenanntes Keul aufgerollt werden. Um dies zu ermöglichen, wird das Gefüge rekristallisiert. Der Kunde hat im Voraus festgelegt, dass das Material bestimmte mechanische Eigenschaften haben soll. Das bedeutet, dass eine Korngröße Y angestrebt werden muss. Im Rekristallisationsschaubild kann nun ermittelt werden, bei welcher Glühtemperatur das Rekristallisationsglühen erfolgen muss. Hier sieht man, dass sich die gewünschte Korngröße Y bei einem Umformgrad von 69,3% durch die Glühtemperatur von 600 Grad Celsius einstellen lässt. Für dieses Schaubild ist eine Glühdauer von 8 Minuten angegeben. Folglich bedeutet dies, dass man das Blech für eine Dauer von 8 Minuten bei einer Temperatur von 600 Grad Celsius glühen muss, um die Korngröße Y zu erreichen. Zusammenfassung. Rekristallisationsschaubilder werden aus experimentellen Daten vieler Einzelexperimente gewonnen. Sie ermöglichen das gezielte Rekristallisationsglühen, das zur Neubildung eines feinkörnigen Gefüges führt und so die Festigkeit und vor allem die Duktilität eines Werkstoffes steigert. Nur ein rekristallisiertes Gefüge ermöglicht weitere plastische Verformungsvorgänge und hohe Umformgrade. Bei bekanntem Umformgrad des Werkstoffs lässt sich aus einem Rekristallisationsschaubild für eine gegebene Glühdauer die notwendige Glühtemperatur ablesen, um eine gewünschte Korngröße einzustellen. Außerdem können zur Einstellung eines möglichst feinkörnigen Gefüges bei gegebener Glühdauer die geeigneten Glühtemperaturen und der notwendige Verformungsgrad abgelesen werden. Die Glühtemperaturen lassen sich auch näherungsweise berechnen, allerdings weisen experimentell ermittelte Richtwerte meist die höhere Genauigkeit auf und stellen letztlich die Essenz der einzelnen Halbzeughersteller dar. Amen. 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 Vielen Dank.